Siehst du, du hast den ersten richtigen Schritt gemacht und ne coole Mütze aufgezogen. Nein, ich hab dir einfach deine Idee geklaut. Tschüss. Ähm, hey, Leon. Ich will, ähm... Ich verlange Geld. Nein, ich verlau dich. Ich ernenne dich jetzt zum Personalleiter. Ach, okay, ja, ist klar. Ich muss dir schon mal ne Anfrage überbringen. Einer unserer Mitarbeiter hätte gern lohnt für seine Arbeit. Was heißt Mitarbeiter? Ich bin ein Co-Pilot. Eine Kugel in den Kopf pro Buch. Ich biete ihn mal an. Also, er bietet dir eine Kugel in den Kopf an, wenn du nicht weiterarbeitest. Ähm, dann sag ihm... Dann biete ich ihm eine Kugel jedes Mal, wenn er ins Spiel reinkommt. Okay, ich kann eigentlich mit den Schlüsseln... Äh, die Handschellen wieder aufmachen. Ich finde irgendwie den... Ach, bist du auf dem First Speak, don't shoot. Ja. Okay. Ich weiß nicht warum, aber mir kommt dein Name so verdammt bekannt vor. Da ist ein Nazi. Ach, Shorty. Keine Ahnung. Sag ihm, er soll uns selbst kommen. Ich hab's ganz kurz gewusst, und jetzt ist es mir entfallen. Oh. Leon? Ja. Okay, erste Sache. Ich will doch keine Bezahlung. Okay. Einfach, weil... Ich brauch keine Bezahlung. Ich bin rich. So. Und... In die Garage rein. Hopp, 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 hopp. Hallo, wir werden zuhören. Okay. Und die zweite Sache ist, ähm... Ich will dein Stellvertreter sein. Okay. Beifuß. Ich muss den grad nicht hinziehen. Ja, was sagst du denn zu dem Angebot? Äh, lehn ich ab. Ich brauch keine Berater. Ich bin Chef genug. Ja, ich will ja auch kein Berater sein. Ich sag der Stellvertreter, aber dann stört mich. Hier ist ein Pist-Bus-Lashlight. Kannst du dran machen. Kannst du leuchten. Ja, okay, dann... Ich will aber der verfickte Stellvertreter sein. Aber ich merk mir deine Anfrage für später. Nein, ich will aber jetzt der verfickte Stellvertreter sein. Ich sammel gerade Bücher, okay? Keine Ahnung, vielleicht musst du erst ne Batterie reintun. Na gut, du bist mein Stellvertreter. Aber du bist... Du bist Stellvertreter auf Zeit, weil ich muss mir das erst überlegen, weil du bist sehr, äh, impulsiv. Egal. Alter, ich hab was richtig Cooles gefunden. Gut. Das ist unsere Vereinstracht. Zumindest im Bereich Rucksäcke. Ach. Oh, was. Meine Frisse. Nein. Die Clowns-Maske war geiler. Kannst du haben. Geil, ich bin Stellvertreter. Sag ihm, ich bin Stellvertreter. Ich versuche mich immer wieder kundenorientiert zu kleiden und... Clowns-Maske... Ja, guck doch mal, das sieht doch geil aus, oder? ... sind zu aggressiv. Das schaut schon cool aus, ja. Aber meine Marienkämpfer-Schultasche ist auch nicht schlecht. Oh, du hast ne Schultasche. Die ist die geilste. Hoffentlich schon drauf. Ähm, Leon, ist es okay, wenn ich mich jetzt ein bisschen ausrüste und dann auf Bücherjagd gehe? Ist okay. Also, mit ein bisschen ausrüsten, Rucksack, vielleicht ne Waffe und so? Ja, haben wir auch schon. Klein Kram halt. Vielleicht auch schon. Aber ich hab nicht so viel. Wackelt shit. Ich weiß gar nicht. Im Nächsten liegt... Nichts, nichts. Ich find gerade... Oh, ne Mistgabel. Mistgabel ist richtig cool. Damit kann man aber leider keine Dosen öffnen. Ein Seil. Da ist ne Dosen. Ich hab ein... Schraubenzieher. Cool. Ähm... Ist aber eigentlich eher unnütz. Kannst halt Dosen öffnen. Ja, eben. Deswegen... Hab ich ne Schrauben für. Such lieber ne Brieföffner. Ne Brieföffner, so was gibt's? Wir pflegen nämlich im Literaturkreis e.V. engen Kontakt via Briefe. Ja, Briefe, du kannst nicht mal... Nein, ich schau mal schnell, äh, im Klavierhaus. User in your channel, time down. Wer ist jetzt gegangen? Ja, Krimos. Hier sind noch mal ATP-Rounds für deine Pistel. Und die sterbe ich nicht. Ich, äh, gerade zum Lagerhaus, drüttend springen, aber ich sterbe. Alter, ich kann so viele Bücher mitnehmen, wie ich will. User, enter your channel. Ich hab Romeo und Julia wieder in der Deutsch-Aufgabe. Alter, hier ist ne Axt, hier ist ein Baseball-Sch-Sch-Sch-Sch-Sch-Sch-Sch. Und hier ist ein KS liegen. Hier am Klavier ne Shotgun. Ungewöhnlich, dass hier nichts liegt. Also ich hab 15 Schuss für dich. Aber du kriegst sie erst, wenn du Mitglied beim Literaturkreis e.V. wirst. Gebt mir sie doch jetzt, ich hab nämlich auch grad zwei Schuss gefunden. Hä, Archan? Äh, zwei Schuss sind einer zu viel nach meinem Geschmack. Wir sind aber jetzt fünf Minuten am Spiele, oder? Ja. Hasta la vista. Das ist kurz. Ähm, wohlständlich. Nicht ganz gut. Also es gibt wirklich keinen Nachteil, du kannst das Abo jeden Monat kündigen, ist kein Problem. Ach ja, Leon. Von mir aus. Okay, aber du musst dann deine Identifikationsnummer aufbewahren, und zwar in deinem Herzen. Neben der guten Laune. Mach doch ne Steam-Gruppe. Nachdem du mich jetzt die Treppe runtergeschubst hast, meinst du es selbst ja noch, oder was? Wieso helfen? Das ist, du, warte, ich hab dir die Munition dahin gelegt. Du sollst uns dankbar sein, dass ich dich in diesem Kulturkreis mit eingliedere. Hey, Mara kommt raus, der Hasen bringt einen Raff wie 400 Euro zurück. Yo, ey, was? Jetzt am Anfang kann ich natürlich nicht wählerisch sein, aber später wird's einfach hart, weil, äh, Mitglieds, Mitglieder sind, Stammkunden sind eine eingeschränkte Zahl. Da gehen wir um 27.000 Mitglieder. Ich kann, ich kann warten. Ach, verdammt. Du hast das Buch abgelegt. Verräter. Ähm, Erchan. Ja, wer wird gleich gefunden? Warte mal. Ich hab zwei weitere Freunde, die Maut of Warblend spielen. Der hat einen. Meine Oma. Vortex und? Dola. Guardian of Asgard. Jaja, ich bin da, ich bin unten. Ich hör dich nur, er tue ich nicht. Dola hat aber auch. Na, äh, schau ich mir mal. Ja, wer hat's? Reile. Ich kann die Waffe aber nicht nehmen. Alles lügen. Falls du die CR-75 meinst. Warum nicht? Nee. Du sieg mir, wenn du aufhörst, mit Ruhm. Achso, FNX quasi, ja. Oh, aber, warte mal, da hab ich Munition. Oder nachher, hey, du. Scheiß drauf. Für die FNX hätte ich sogar Munition, aber ich hab keinen Platz zum Tragen. Ich aber, ich hab mir grad'n Hullstarter. Ich bestimme mich mal jetzt für DZ aus. Warte, ich leg dir da die Munition hin. Direkt daneben. Und du bist jetzt Mitglied. Herzlich, äh, herzlichen Glückwunsch. Wie heißt unser Mitglied denn? Unser Mitglied heißt Shorty. Shorty. Auf welchem Zauber bist du denn? Friendly, don't shoot, was weiß ich. Äh, Leo, mach ne Steam-Gruppe dazu. Ja, mach ne Steam-Gruppe. Ähm, mir ist grad die brillante Idee gekommen, ich könnte auch ne Steam-Gruppe machen. Und dir? Ich bin Skill-Musklo. Und ich betone mir und nicht meinen Mitarbeitern, die mich grad im TS-Volkratzen. Ja, ich sitze dabei, ja. Ja, ich sitze dabei, ja. Ist ja nicht mir zuerst eingefallen, das Kill-Musklo ist eingefallen, ich bin nur der krass vermittelnde Mensch. Ich bin derfältäinig trop Saw MIL-Cl excess. Bez mir her etочноTäin verm신е.